Ja, konnte gut schlafen, hat echt krass geregnet, aber jetzt ist gerade Regenpause, also gehe ich jetzt hier runter ins Dorf, nach Sachseln, um mich ein klein wenig zu bewegen, Taschentische zu kaufen, Seife, ich kau hier leckeres, Salbei, lecker, nicht? Aber es ist gut für den Hals und die Schwester hat mir gerade beim Bruder-Klaus-Haus Salbei gepflückt, wie cool. Genau, und heute chille ich halt hier und morgen früh geht es dann weiter. Genau, das ist eine gute Lernerfahrung, ich meine, ich will unbedingt vorankommen. Und darf jetzt lernen, dass dieses einfach nur das Ziel erreichen nicht alles ist, auch nicht nur den Weg zu gehen alles ist, sondern auf dem Weg mit mir zu sein, auf mich zu achten. Das ist gerade so das, was ich lernen darf, was mich der Weg gerade lehrt, was die Schwestern mich gerade lernen. Genau.